So, da bin ich auch schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich birgt die fehlenden Schlachtenbus-Pläne. Ihr seht schon, da wo ihr die Nachricht abrufen könnt, genau da müsst ihr quasi auch die Pläne abrufen. Ich mache das Ganze jetzt auch im Canyon, weil ich halt auch im Canyon den Dings gemacht habe. Ist eigentlich am einfachsten, denke ich einfach mal. Ja, neue Aufgaben kamen heute rein. Ich habe auch gar nicht damit gerechnet. Wundert euch nicht, ich bin das Ganze auch noch gerade live am Aufnehmen. Also ich bin auch gerade online auf Twitch und YouTube. Ihr wisst ja, ich mache das inzwischen beides. Einfach, dass ich mit euch noch ein bisschen durchquatschen kann. So, wie gesagt, wir müssen einfach hier runter. Ich weiß nichts Genaues. Ich hoffe, ich finde sie direkt und sterbe jetzt nicht irgendwie wie eben schon mal. Weil die erste Runde hat nämlich schon mal überhaupt nicht geklappt. Jetzt bin ich gerade überlegen, müsste da außen sein. Natürlich lande ich hier nicht alleine. Ja, ich glaube da hoch. Oh nein. Ja, doch, Waffe ist okay. Könnte schlimmer sein können. Erstmal, dass ich überhaupt irgendwas dabei... Oha. Ich habe schon den neuen Raketenwerfer. Aber deshalb sind wir nicht hier. Ihr seht auch der Minimap. Achtet auf die Minimap. Da seht ihr das Ganze auch nochmal. Wir müssen zu dem Ausrufezeichen. Und hier liegen auch schon die Schlachtenpläne. Einfach mit X annehmen und zack. Schon haben wir die Aufgabe erledigt. Wir gucken jetzt einfach mal, wenn ich eh gerade dran bin, ob ich den Panzer wegholen kann. Jetzt hat der Panzer keine Bewegung. Ich habe das Ding selber noch nicht gesehen. Nicht in Aktionen oder sonst irgendwas. Ja gut, springe da hoch. Panzer schon kaputt, oder was? Ob man das sieht, wenn die ankommt? Guck mal, weil er Angst hat. Aber ich habe das Auto anvisiert. Das ist das Problem. Also Menschen kann man nicht anvisieren. Nur Autos. Aim ist da. Und jetzt freust du dich. Achtung, jetzt meinst du... Na, tut mir leid. Hätte auch anders ausgehen können für dich da oben. So, ich bin aber jetzt erstmal raus. Viel Spaß mit den Aufgaben. Wenn ich euch helfen konnte, lasst gerne einen Like da. Und in dem Sinne bin ich weiter. Und haut rein. smarter ein. Vielen Dank.